Willkommen zurück. Mal auch noch ein bisschen verdampfen. Du bist nicht beschädigt. Bist das selber oder? Ja. Äh, ach so. Muss ich hier dann quasi ablegen machen. Jetzt sind wir gut, wo es hier lang geht. Okay. Ne, ist ein anderes Fenster. Da wollen wir noch nicht. Wer bestimmt? Maurelius. Notbeleuchtung. Oh ja. Datenstick. Roboterproduktion. Dennerhut. Die Roboterproduktion muss während Station 2 der Stromschwankungen heruntergefahren werden, um sicherzustellen, dass die Roboter auf dem Band nicht defekt sind. Wenn die Produktionsanlagen unsachgemäß abgeschaltet oder ohne offizielle Inspektion wieder in Betrieb genommen werden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass fehlerhafte Einheiten in die Produktion gelangen, wie sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Das Management möchte nicht, dass aufgrund schlechter Bauqualität weitere Schäden an Personal und Anlagen entstehen. Zur Erinnerung, der Code für die Produktionsabschreibung lautet 926. Ich werde mich nicht noch einmal zu diesem Thema äußern. Hatten wir nicht noch eine Mail mit 705 gehabt irgendwo? Das muss man ja überhaupt nicht anwenden, oder? Ach so, okay. Hey. Bin ich jetzt döv? Das war was zum Lesen, glaube ich. Der zeigt doch mal das selber an, das ist ja, was ist das ein Blödsinn. Da. Frei ist es. Ach, sind wir zurück. Okay. Hm. Das war gar nicht. So gut, haben wir das unten gedreht. Das ist ja nehm. War doch nicht? tb 05 aber das bringt ja nix kundin das kohle geduldet haben so schweig noch aus da oben weil hochkomm ich nicht Das muss ich hier mit freischalten. Genau, das war die lustige Kamera hier, wo man wieder geboren wird. Ich kann das noch mal wieder mitnehmen. ich glaube eigentlich meine energie aufladen jungs ich bin jetzt nicht lustig da rein doch wie komme ich dahin das war nicht wirklich was das was die ich jetzt nicht na gut, rätseln wir ein bisschen einfach einfach doppelt doppelt ok das ist doppelt ich will die einfachen teile das ist auch einfacher nennen wir sein Bauchgefühl naja oh 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 wir können es aber nicht verlangen jungs hey das ding ist komplett voll oder ist es jetzt zu voll das war jetzt reiner zufall jetzt muss man schon mal wirklich drauf achten dass das nicht nur voll wird sondern genau diesen Pegel erreicht das ist unten drunter jawollo die Pflaster haben wir so viele die Pflaster haben wir so erschreckt mich doch nicht so das hier hier das lang kommt Das war's. Aber das waren mal echt die Menschen. Die können doch nicht einmal verdampfen. Heizplatte. Jetzt müssen wir nicht mehr frieren. Ah, da ist die Karte. Frisch. Mich das einfach gebissen ist. So. Was hab ich denn gerade eingesammelt? Entwickeln. Toll. Komme ich überhaupt zurück? Ach, kein Spaß. Ach, hier war das Ding noch. Okay. Gibt mir leider. Das war das Ding. Das hat nur gelöst, genau. Was zur Hölle. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Okay. Wenn's nicht mehr ist, dann ist das hier okay. Gut. Gut. Kryo-Kammer. Wenn ich wissen, was da drinnen lauert. Und umblick. Ich will aufräumen. Aha. Nö. Du bist beschädigt. Gib, gib, gib. So. Mach das noch ein Buch. So. Wollen wir den Scheiß aufmachen? Da unser Prügel was nützt. Da unser Prügel was nützt. Und ne. Ha. No. Und das ist esile. Wollen wir die Hatschme-Dix. Dann wir die Hatschme-Dix. Wollen wir den Schnitzepal? hau doch mal schneller zu Junge hier kommen wir her oder? ja Elevator ist auch Schnee versteckt mit Digga Schleim ist das? Chemiekanister Kronoden nichts so viel Müll 6 Egnisse zur Aufnahme und Lagerung von Forschungschemikalien alles bunte Farben das ist nicht das auch das ist was größer die ist vielleicht da Was ist das? Was ist das? Was dafür so unendlich viele Kameras hier geben muss? Finde ich keiner. Ich habe welche versteckelt hier. Was ist das? Oh, es ist gut. dass da keiner einen Abschlussrand hat. Aber jetzt definitiv nicht weiter. Nur gut, schlapp, 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 hola, aus zur Hülle. Soll ich die Hülle, schlapp. 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 Soll ich die Hülle, schlapp? Soll ich die Hülle, schlapp. Schönen Cho yo yo yo? Matthew Nigrilli hat da was schönes von uns gehört. Außer Reichweite. Was ist das? Ach Leute. Beschädigt. Weg damit. So. Draußen blinkert es doch schon wieder. So. So ein vielbewusstes Typ. Was sind wir denn hier eigentlich? Ach. Na ja, was war wir hier? Was ist denn das? Logik. Ah, das ist das Zeug was du für die Rätsel nutzen kannst. Ich denke mal das löst die dann automatisch. Wenn man auch nicht weiterkommt. Da habe ich eine Tür abgesperrt. Oh, geht's auch noch. Lebt der noch? Glaubst du es denn? Ah, nein. So ein ältere Meter hat er. Stift. Ähm. Guck mal, du nix ist da. Zweite Dinger. Okay. Zwei so Dinger. Okay. Ist das? Unternehmenspreis. Ein Trophäe für herausragende Leistungen des Unternehmens. Verdammt. Da kann man eine Strafange. Zu schwer zu mitnehmen. Okay. Alles einsacken. Gut. Würde ich sagen. Die zwei Dinger gucken wir uns in der nächsten Folge an. Braum nicht verabschieden wir erstmal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommen wir da drüber noch rein. Bis dahin. Macht's gut.